Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Foundation oder zu den fliegenden Türmen. Alter, die Physik main fucking shit hier, ne? Ich glaube, die sind unzufrieden, weil die hier unten arbeiten, aber da keine Wohnungen haben. Das bedeutet, ich wette, wenn ich jetzt hier sage, warte mal, Wohngebiet, und sage, weißt du was, hier darf ein bisschen noch was hin. Und hier rum, dann nutzen die es sicher aus. Ja, das sind schon die zwei Gebäude, die sie brauchen. Dann sind sie wieder zufrieden. Oder ich muss mich jetzt hier drauf konzentrieren. Also in Entfernung spielt auch eine Rolle, das ist gut zu wissen. Hier könnte man eigentlich einen super Marktplatz hinbauen, ne? Also den Marktplatz wirklich nach der Unfall liegen. Was ist jetzt eigentlich das denn? Dorfzentrum. Ja, das Zentrum wäre jetzt eigentlich dann irgendwo hier oben. Es hat sich dezent, schnell, wegentwickelt nach oben. Mein Herr, für einen gewissen Preis könnt ihr einige Doppelwohnervon anstellen. Wir sind pleite. Und zwar ordentlich bankrotzt sind wir geworden irgendwie. Ich weiß noch nicht so ganz, wie das hingekriegt ist, aber ich habe es hingekriegt. Das ist gar nicht gut. Bedeutet, ich baume mal schnell jeweils am Dorfzentrum auch noch. Und zwar einen Warenstamm. Das müssen wir sonst nochmal erweitern. Ich habe nicht mehr. Ich habe kein Gold mehr. Ich habe kein Gold mehr. Ich habe nicht mal mit Gold für Dorfplatz. Und cool. Baut das Timer fertig. Wir müssen schauen, ob wir das benutzen können. Und vor allem Profit mitschlagen. Weil aktuell ist die Situation mit dem Geld so mämmeh. Also hier fehlen noch zwei Gebäude. Hier fehlt ein Gebäude. Vor allem mit dem Gebäude hier. Könnten wir uns vielleicht aus der Krise sogar retten. Aber nein, das bauen sie natürlich erst später. Alter, was fehlt euch denn noch? Ähm. Ja. Bretter. Haben wir nicht genug. Holz haben wir genug. Stoff haben wir hoffentlich auch genug. Ich sage es mal so. Wir sind am Arsch. Obwohl, jetzt haben wir Plus. Ich weiß zwar nicht, woher das Plus jetzt kommt. Aber es ist gut. Jetzt haben wir wieder eine Spatze neu. Das ist nicht gut. Warum, wie fehlt es? Ach so, weil unsere Mitarbeiter gerade mit allem anderen beschäftigt sind, außer mit dem Bau. Also ich würde die Lagerflächen hier irgendwo hinpacken. Oh Gott, ich muss das ganze Zeug umplanen. Das ist crazy. Hier kann man noch einen freien Wohnwohnen reinpacken. Fünf freien Wohnwohnen einfach hier rein. Easy. Das läuft schon. Irgendwie wird das schon funktionieren. Ich habe dir den aktuell schon da. Das wird immer enger. Aber die Leute liefern leistig. Also ich kann wiederum auch erwähnen, ästhetisch nicht immer das Wichtigste. Aber schön ist, dass wir nicht ins Minus fallen können. Wir sind halt pleite. Also interessiert halt irgendwie auch keinen Schwein. Er ist erst Holz wieder dran getragen. Aber unser Turm schwebt immer noch. Und ich weiß nicht, wie er es macht, aber er ist gut da dran. Genauso wie der kleine Bruder von ihm. Sie können beide schweben. Die Flaggen auch. Respekt, mein Junge. Holz an der Bergfried. Ich hätte ja gerne später irgendwie einen Bergfried, der... Warte mal, wo war es denn? Nur nicht da hinten. Hier, das hier so übergreifend spät irgendwie. Und dann zwei Brücken. Eine, die hier hingeht. Eine, die hier hingeht. So geht, oder nur eine, die hier hingeht. Hier das Herrenhaus. Fett hinten drauf. Eine Kirche. Eine Kirche müssen wir auch noch bauen. Scheiße, die habe ich doch noch vergessen. Die müssen wir auch noch planen. Die können da eigentlich dann hier irgendwo hin. Aber ja. Das kriegen wir schon alles irgendwie auf die Reihe. Sollten, doch schaut es mit dem Gold echt gut aus. Und dann wieder weg. Das ist nicht so ideal. Weil jetzt haben wir wieder fast 200 auf die Potte. Also die ganzen Hölzer, die müssen alle nach da dann ziehen. Alle nach draußen. Und dann wird es dem wahrscheinlich wieder zu weit zum Laufen am Ende. Das wäre so typisch. Plus 10 jetzt sogar. Wow. Was ist jetzt passiert, dass wir Geld kriegen in Massen? Baut ihr schön. Ich hoffe es für euch. Das Zeug muss fertig werden. Wie? Ohne Rohstoffe. Mayong. Du brauchst schon Rohstoffe, um zu bauen. Alter. Das Teil ist ja die Wahnsinnsweise fertig. Aha. Also es fehlt immer noch 10 Holz, 27 Stoffe und 14 Bretter. Jetzt haben wir mittlerweile auch die Bretter. Holz haben wir sowieso tonnenweise auf Lager. Der Stoff macht mir eher Sorgen. Haben wir so viel Stoff noch? Müssten eigentlich, oder? Ja, easy. Mal ganz locker. Und Wolle haben wir auch auf Lager. Habe ich das Wäldchen hier abspricht, nicht stehen lassen? Scheint irgendwie so. Ich verstehe bloß nicht viel so. Warte mal. Also. Weg. 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 Und das ist alles Aufforstung. Aber der Rest kann weg. Ist ja auch gar nicht viel irgendwie an Wald, was wir noch zum Obholz hätten. Deswegen brauchen wir ein eigenes Lager für Holz bloß. Weil die Massen, die wir dann mit den ganzen Rohstofftypen hier kriegen, ist enorm. Hey, er schwebt nicht mehr. Beide schweben nicht mehr. Oh, zwei neue Mitarbeiter. Die werden sich erfreuen. Ich sag's euch. Oh. Da kitzelt es in der Nase bei dem Gedanken dran. Noch mehr Sklaven von das Dorf. Das Geld hat sich aber auch mittlerweile beruhigt. Ich bin erstaunt drüber. Dass sie echt actually beruhigt hat. Ein Gesandter bittet um Audienz. 30 Bären. My friend. Das wird eng. Deswegen behalten wir einfach alles für uns. Ah, dich hab ich auch die ganze Zeit schon mit. Kein einziger Sammler drin. Aber ich hab so viele Leute. die hier arbeiten können. Die bedürftig nach Arbeit suchen. So. Darum können die sich... Alter, die ziehen da durch. Schau mal, wie die durchziehen mit dem Felderbau. Die haben auch Lack gesoffen, du. Ob die Wege... Die anderen Wege verschwinden nach einer Zeit. Das ist schön zu wissen. Weil irgendwann schaut dieses Dorf auch wieder einigermaßen gut aus. Ich hab schon Angst gehabt, dass man irgendwie alle Wege die ganze Zeit dann sieht. Und es sich nicht mehr beruhigt. Ich glaub, wir brauchen eigentlich noch ein paar Fischer. Ein paar Fischer-Lies. Fischer-Hütte. Ich hab kein Gold mehr. Wo ist das ganze Gold hingeflossen? So. Ist der Backflick jetzt fertig? Oder baut ihr leider noch dran? Noch ein paar Kleinigkeiten. Okay. Das geht ja. Was hast du jetzt mitgebracht? Zwei Stoffe. Da hat Herbert mehr getragen, ne? Mein Freund. Herbert war der fleißiger. So, was kommt jetzt? Fünf Stoffe. Der ist viel fleißiger. Der ist viel fleißiger. Mit der Zeit. Der ist viel fleißiger. Der ist viel fleißiger. Der ist viel fleißiger. Lauch verschmut receipiger. Das müsste jetzt immer mehr halten. Aber das ist viel fleißiger. Das ist mehr fleißiger. schalte Steuerbehörde frei. Ich brauche 10 Bürger und 50 Punkte. So. Kann jetzt hier mal irgendwie Burgfried fertig und so? Klöppelt das Ding nieder? Was ist das jetzt? Wo braucht ihr denn noch 10 Holz? Was habe ich denn gebaut, was 10 Holz noch braucht? Und warum habt ihr das bis jetzt noch nicht geholt? Wo ist Herbert mit dem Holz? Herbert! Herbert, bring Holz! Also die Brunnen wurden auch nicht gelegt, aber wo läufst denn du hin? Herbert! Ah ne, der Holz ist jetzt nicht mehr. Priorisieren, Jungs! Dafür wird noch 5 Holz benötigen, dafür auch. Oh Gott! Soldatenliebe ist sie zu schlagen. Alter, das Teil hat ordentlich... Ich glaube, das wird noch mal ordentlich Influence hier geben, ne? Da, komm da! Wie viel? 5! Yes! Das bedeutet, der ist jetzt fertig. Und der andere kommt auch. Oh Gott! Unsere Festung wird diese Folge sogar noch fertig. Ich bin erstaunt. Oh mein Gott! Allgemein. Hau, er ist fertig! Wir haben es fertig gebaut. Er sucht eure Wälder und möchte euch an Militäraktion ausbilden. Ah, wie wär's mit 7 Soldaten? Nur Arbeitslose. 8 Soldaten. Das hört sich doch fein an. Die trainieren schon. Äh, Leute. Der Turm kann gern die Physik auseinandersetzen. Aber doch nicht ihr auch noch. Ah! Ich hab Physiker! Ich hab Physiker! Ah, guck mal, die anderen Gebäude werden jetzt auch endlich gebaut. Stellen wir jetzt fertig? Ist aber gut zu wissen, wie viel Arbeitslose haben wir denn noch. Haben wir denn überhaupt noch Arbeitslose? Scheint nicht mehr so der Fall zu sein. Vielleicht brauchen wir auch nicht unbedingt 8 Soldaten am Anfang. Weil wir haben jetzt bald auch hier die Schneiderei. Und die Schneiderei, die müssten wir halt auch noch irgendwie betreiben. So, wir bräuchten hier noch 2 Holzlagerplätze jetzt von Anfang. Einen freien Dorfbewohner. Alter, das ist was. Das Dorf wächst und gedeiht. Es blüht richtig auf. Also, es ist schon ein geil, das Spiel. Es hat schon was. Wo sind denn so Soldatchen? Ich weiß nicht, was wir immer mit den Klippen haben. Ach, wir laufen schnell einen Stein hoch. Das wird schon kein Problem sein, ne? So, jetzt gehen wir noch der Schneiderei. Ah, da kriegt man einen Mitarbeiter, okay. Dann kriegst du noch einen Mitarbeiter. Und wo? Oh, du bist der Förster. Haben wir denn jetzt noch Arbeitslose? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Schaut aber nicht so aus. Aber Leute, dann würde ich sagen, das war es für diese Folge. Ich habe euch gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao.